Gewonnen aus der Rizinuspflanze, die vor allem in warmen Regionen wie Indien und Afrika wächst, hat kaltgepresstes Rizinusöl einen festen Platz in natürlichen Gesundheits- und Schönheitsroutinen weltweit gefunden. Bekannt für seine vielfältigen Vorteile, wird Rizinusöl für seine Fähigkeit geschätzt, sowohl Haare als auch Haut zu pflegen und zu revitalisieren und gleichzeitig die Verdauung und das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Neben der Linderung von Hautproblemen fördert Rizinusöl das Haarwachstum, verbessert den Teint und lindert sogar Verstopfung. Die tägliche Anwendung von Rizinusöl kann deine Selbstpflegeroutine verwandeln, doch es ist wichtig zu wissen, wie und wo es am besten wirkt und wie man es richtig anwendet. Hier ist ein tiefer Einblick, wie du Rizinusöl in dein tägliches Leben integrieren kannst, um lebendiges, gesundes Haar, strahlende Haut und allgemeines Wohlbefinden zu erreichen. Zunächst einmal ist Rizinusöl äußerst wirksam, um das Haarwachstum zu fördern und Haarausfall entgegenzuwirken. Dies liegt an seinem hohen Gehalt an Rizinolsäure, einer einzigartigen Omega-9-Fettsäure, die bekannt dafür ist, die Haarfollikel tiefgehend zu nähren. Rizinolsäure dringt in die Kopfhaut ein, macht sie weich und hydratisiert sie, was die Durchblutung rund um die Haarwurzeln verbessert und den Haarwachstumszyklus stimuliert. Für Menschen mit dünner werdendem Haar oder Haarausfall ist das jamaikanische schwarze Rizinusöl besonders effektiv. Diese Variante wird aus gerösteten Rizinusbohnen hergestellt, wodurch mehr Nährstoffe erhalten bleiben, die das Haar verdichten können. Massiere abends ein paar Tropfen jamaikanisches schwarzes Rizinusöl in deine Kopfhaut ein und lasse es über Nacht einwirken, bevor du es morgens ausspülst. Eine regelmäßige Anwendung kann mit der Zeit zu vollerem, kräftigerem Haar führen. Ebenso kann Rizinusöl das Aussehen und die Dichte von Wimpern und Augenbrauen verbessern. Genau wie es das Kopfhaar stärkt, sind die pflegenden Eigenschaften von Rizinusöl auch für die feinen Haare der Augenbrauen und Wimpern von Vorteil. Um dichtere Wimpern und Augenbrauen zu fördern, trage täglich ein paar Tropfen kaltgepresstes, hexanfreies Rizinusöl auf. Diese Variante, die heller in der Farbe ist, ist reich an Vitamin E und Fettsäuren, die die Haarfollikel vor oxidativem Stress schützen und vor dem Brechen bewahren. Verwende ein Wattestäbchen oder eine saubere Mascara-Bürste, um eine dünne Schicht entlang deines Wimpernkranzes und deiner Augenbrauen aufzutragen. Achte darauf, direkten Kontakt mit deinen Augen zu vermeiden, da diese sehr empfindlich auf Öl reagieren. Neben seinen Vorteilen für das Haar ist Rizinusöl ein bemerkenswerter Hautfeuchtigkeitsspender. Dank seines hohen Gehalts an Fettsäuren dringt Rizinusöl tief in die Haut ein und ist damit eine wirksame Lösung für Menschen mit trockener, schuppiger oder empfindlicher Haut. Einige Tropfen auf die noch feuchte Haut nach der Reinigung aufzutragen, hilft die Feuchtigkeit einzuschließen und die Haut weich und hydratisiert erscheinen zu lassen. Kaltgepresstes Rizinusöl besitzt natürliche, weichmachende Eigenschaften, die gereizte Haut beruhigen können, was es für Menschen mit Eczemen oder Psoriasis von Vorteil ist. Die regelmäßige Anwendung von Rizinusöl als Feuchtigkeitsspender kann die Elastizität der Haut verbessern und Trockenheit verhindern, sodass die Haut glatter und jugendlicher aussieht und sich auch so anfühlt. Darüber hinaus wirkt Rizinusöl Wunder als natürliches Anti-Aging-Mittel. Seine Antioxidantien helfen, freie Radikale zu bekämpfen, die den Alterungsprozess der Haut beschleunigen können. Bei Anwendung auf der Haut kann Rizinusöl die Kollagenproduktion unterstützen und so mit der Zeit das Erscheinungsbild von feinen Linien und Falten reduzieren. Massiere eine kleine Menge sanft in die Bereiche ein, in denen sich Falten bilden, wie um die Augen und den Mund. Die pflegenden Eigenschaften des Öls fördern die Festigkeit und Geschmeidigkeit der Haut, was es zu einer erschwinglichen und dennoch wirksamen Ergänzung deiner Anti-Aging-Routine macht. Für diejenigen mit zu akne-neigender Haut kann Rizinusöl helfen, das Gleichgewicht wiederherzustellen und zu reinigen. Auch wenn es widersprüchlich erscheinen mag, Öl auf fettige Haut aufzutragen, machen die antibakteriellen und entzündungshemmenden Eigenschaften des Rizinusöls es zu einem natürlichen Verbündeten gegen Akne. Die Rizinolsäure im Rizinusöl hemmt das Wachstum von akne-verursachenden Bakterien und beruhigt gleichzeitig entzündete Haut. Um es anzuwenden, trage ein paar Tropfen auf ein gereinigtes Gesicht auf und massiere sanft, damit das Öl in die Haut einzieht. Für eine zusätzliche Wirksamkeit kannst du vor der Anwendung dein Gesicht bedampfen, um die Poren zu öffnen, was es dem Öl ermöglicht noch tiefer einzudringen und die Haut von innen zu entgiften. Neben kosmetischen Vorteilen hat Rizinusöl auch wertvolle medizinische Anwendungen, insbesondere zur Förderung der Verdauungsgesundheit. Seit Jahrhunderten wird es als natürliches Abführmittel verwendet, da die Rizinolsäure den Darm stimuliert und eine gesunde Verdauung unterstützt. In kleinen, von einem Arzt genehmigten Dosen kann Rizinusöl gelegentliche Verstopfung lindern, wobei es jedoch wichtig ist, vorher einen Arzt zu konsultieren. Die Wirkung von Rizinusöl auf die Verdauung setzt schnell ein und kann eine sanfte Option für diejenigen sein, die unter Blähungen oder Trägerdarmtätigkeit leiden. Eine weitere Möglichkeit, von Rizinusöl zu profitieren, besteht darin, es zur Schmerzlinderung zu verwenden. Rizinusöl hat natürliche schmerzlindernde und entzündungshemmende Eigenschaften, die bei Muskelkater und Gelenkschmerzen Linderung verschaffen können. Bei Massage auf schmerzende Stellen dringt es in die Haut ein und hilft die Entzündung im darunterliegenden Gewebe zu reduzieren. Viele Menschen verwenden Rizinusöl-Kompressen in warmes Rizinusöl getränkte Tücher, die auf betroffene Stellen gelegt werden, um Schmerzen zu lindern und die Heilung zu unterstützen. Regelmäßige Anwendung kann besonders bei chronischen Erkrankungen wie Arthritis wirksam sein, da das Öl die Durchblutung fördert und bei konsequenter Anwendung langanhaltende Linderung bieten kann. Zusätzlich ist Rizinusöl ein wirksames Mittel gegen brüchige Nägel und rissige Nagelhaut. Sein Vitamin E-Gehalt hilft, die Nägel zu nähren und mit Feuchtigkeit zu versorgen, was ein gesundes Wachstum fördert und Bruch verhindert. Durch tägliches Auftragen von Rizinusöl auf deine Nägel und die Nagelhaut kannst du deren Erscheinungsbild und Festigkeit verbessern. Massiere einfach eine kleine Menge vor dem Schlafengehen auf deine Nägel, damit es über Nacht wirken und Feuchtigkeit und Widerstandsfähigkeit wiederherstellen kann. Zusätzlich bietet Rizinusöl Vorteile bei der Behandlung von Narben und Dehnungsstreifen. Durch die Förderung der Kollagenproduktion trägt es dazu bei, vernarbtes Gewebe zu glätten und die Sichtbarkeit von Narben und Dehnungsstreifen allmählich zu verringern. Massiere täglich Rizinusöl in kreisenden Bewegungen auf die betroffenen Stellen ein und gib dem Öl Zeit, tief einzudringen. Seine nährenden Wirkungen können mit der Zeit die Elastizität der Haut verbessern und Verfärbungen mindern. Auch für die Mundgesundheit ist Rizinusöl ein effektives antibakterielles Mundspülmittel. Ein kleines bisschen Öl für einige Minuten im Mund zu spülen, kann dabei helfen, schädliche Bakterien abzutöten, Plaggablagerungen zu reduzieren und die Zahnfleischgesundheit zu verbessern. Danach solltest du das Öl ausspucken und mit Wasser nachspülen, um alle vom Öl gebundenen Giftstoffe zu entfernen. Obwohl es keine Zahnpasta ersetzt, kann diese Methode deine Mundhygiene ergänzen und für zusätzliche Frische und Sauberkeit sorgen. Rizinusöl kann auch gesunde Füße fördern, da seine feuchtigkeitsspendenden Eigenschaften Hornhaut und raue Hautstellen weich machen können. Massiere vor dem Schlafengehen eine großzügige Menge auf deine Füße und ziehe Socken an, um das Öl über Nacht tief einziehen zu lassen. Diese Methode ist besonders hilfreich für Menschen mit rissigen Fersen oder trockenen Füßen und macht sie bei regelmäßiger Anwendung weicher und angenehmer. Schließlich ist bekannt, dass Rizinusöl das Immunsystem stärkt, wenn es äußerlich angewendet wird. Es fördert die Lymphzirkulation, was für die Funktion des Immunsystems entscheidend ist. Das Einmassieren von Rizinusöl in die Bereiche um die Lymphknoten kann dazu beitragen, die natürlichen Entgiftungsprozesse des Körpers zu stimulieren und so das allgemeine Wohlbefinden zu unterstützen. Rizinusöl in deine Routine zu integrieren ist einfach und vielseitig, egal ob du deine Haare, Haut, Nägel oder sogar die innere Gesundheit verbessern möchtest. Rizinusöl ist ein Naturheilmittel, das seit Jahrhunderten gefeiert wird und für seine Vielzahl an Gesundheits- und Schönheitsvorteilen bekannt ist. Eine seiner bemerkenswerten Anwendungen liegt in der Förderung der Durchblutung, was wiederum die Haarfollikel nährt und das Wachstum und die Dichte von Wimpern und Augenbrauen unterstützt. Dieser Vorteil ergibt sich vor allem aus der Rizinolsäure im Rizinusöl, einer einzigartigen Verbindung, die den Blutfluss zu der Stelle erhöht, an der es aufgetragen wird. Wenn es auf die Augenbrauen oder Wimpern massiert wird, dringt das Rizinusöl in die Haut ein und liefert wichtige Nährstoffe, die das Haar stärken und gesünder machen. Mit der verbesserten Durchblutung gelangen mehr Nährstoffe zu den Follikeln, was sowohl das Wachstum als auch die Fülle jedes einzelnen Haares stimuliert. Ein weiterer bemerkenswerter Vorteil von Rizinusöl ist seine langjährige Verwendung als mildes natürliches Abführmittel. Diese Wirkung ist ebenfalls auf die enthaltene Rizinolsäure zurückzuführen, die sich an bestimmte Rezeptoren in den Muskeln des Darms bindet. Sobald diese Rezeptoren aktiviert sind, löst die Säure die Peristaltik aus, die Muskelkontraktionen, die den Stuhl durch den Verdauungstrakt befördern. Diese Wirkung ist besonders hilfreich für Menschen, die gelegentlich unter Verstopfung leiden, da sie den Stuhl flüssiger durch den Darm gleiten lässt. Da Rizinusöl sehr viskos ist, legt es sich außerdem wie ein Schutzfilm an die Darmschleimhaut, wodurch der Stuhl leichter passieren kann. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, ein lebensmittelechtes, kaltgepresstes Rizinusöl ohne Chemikalien oder Zusatzstoffe zu verwenden. In kleinen Mengen konsumiert, etwa ein bis zwei Esslöffel, kann es innerhalb weniger Stunden wirken und so sanfte Erleichterung bieten, ohne die Härte synthetischer Abführmittel. Allerdings sollte es wie alle Abführmittel sparsam und nur bei Bedarf verwendet werden, da übermäßiger Gebrauch potenziell Verdauungsprobleme verursachen kann. Rizinusöl ist auch ein hervorragender Hautfeuchtigkeitsspender, der Trockenheit und raue Stellen effektiv bekämpft, wenn es in sanften, kreisenden Bewegungen auf die Haut aufgetragen wird. Jamekanisches schwarzes Rizinusöl oder jedes hochwertige, kaltgepresste Rizinusöl wirkt Wunder, wenn es nach einem Bad oder einer Dusche aufgetragen wird, besonders auf leicht feuchter Haut, da es die Feuchtigkeit für eine länger anhaltende Hydratation einschließt. Seine dicke Konsistenz hilft, eine schützende Barriere zu bilden, die die Feuchtigkeit tief in der Haut speichert. Das Öl ist besonders wertvoll für Menschen, die unter chronischer Trockenheit, Ekzemen, vorzeitigen Falten oder sogar Akne leiden, da seine natürlichen Inhaltsstoffe wichtige Nährstoffe liefern. Regelmäßige Anwendung auf rissigen Fersen oder Ellbogen kann Feuchtigkeit spenden und Weichheit wiederherstellen, was unter anderem dem Vitamin E-Gehalt von Rizinusöl zu verdanken ist. Dieses Vitamin in Kombination mit den kräftigen Fettsäuren des Öls macht Rizinusöl zur idealen Wahl für alle, die Sonnen- oder Altersflecken reduzieren möchten, da es Antioxidantien direkt in die Hautschichten transportiert und so im Laufe der Zeit Hyperpigmentierung aufhält. Für alle, die Narbengewebe behandeln möchten, bietet Rizinusöl einen weiteren einzigartigen Vorteil. In Kombination mit Vitamin E-Öl kann es in die betroffenen Stellen einmassiert werden, um verhärtetes Gewebe abzubauen und den Heilungsprozess im Laufe der Zeit zu fördern. Dieser Prozess wirkt, indem er die Haut befeuchtet und weich macht, was die Flexibilität im vernarbten Bereich verbessert. Die Rizinolsäure im Rizinusöl spielt hier ebenfalls eine Rolle, da sie milde entzündungshemmende Eigenschaften hat, die Rötungen und Schwellungen, die oft mit Narben einhergehen, reduzieren können. Dieser Ansatz kann besonders vorteilhaft für ältere Narben sein, die rau und steif geworden sind, da das Öl tief eindringt und allmählich die Textur der Haut glättet. Zusätzlich zu diesen Anwendungen hat Rizinusöl bemerkenswerte Wirkungen bei der Beruhigung gereizter Haut und hilft bei der Behandlung von Zuständen wie Schuppen. Seine entzündungshemmenden Eigenschaften machen es zu einer idealen Wahl für die Behandlung von Kopfhautproblemen ohne aggressive Chemikalien. Bei einer Massage auf die Kopfhaut kann Rizinusöl Trockenheit, Schuppenbildung und Juckreiz reduzieren. Seine nährenden Eigenschaften helfen der Kopfhaut, ein gesundes Gleichgewicht zu bewahren, was auch zu kräftigerem Haar beitragen kann. Einige Menschen verwenden es sogar, um das Erscheinungsbild feiner Linien um die Augen oder auf der Stirn zu reduzieren, indem sie kleine Mengen sanft auf diese Bereiche tupfen, wo seine Feuchtigkeitsspendenden und Anti-Aging-Eigenschaften helfen können, die Elastizität und Geschmeidigkeit der Haut zu erhalten. Darüber hinaus macht die einzigartige Zusammensetzung von Rizinusöl es zu einem idealen Trägeröl für verschiedene ätherische Öle wie Lavendel oder Rosmarin, die seine Wirkung zusätzlich verstärken können. Durch die Mischung von ein paar Tropfen ätherischen Öls mit Rizinusöl kannst du eine individuell abgestimmte Behandlung kreieren, die genau auf deine Bedürfnisse zugeschnitten ist. Zum Beispiel kann das Hinzufügen von Rosmarinöl die durchblutungsfördernden Effekte verstärken, was es noch effektiver für das Haarwachstum macht. Lavendelöl hingegen hat eine beruhigende Wirkung und eignet sich ideal zur Herstellung einer entspannenden Massagemischung, die Muskeln entspannt und einen erholsamen Schlaf fördert. Um die Vorteile von Rizinusöl zu maximieren, ist es wichtig ein kaltgepresstes und unbehandeltes Produkt zu wählen, da dies die höchste Konzentration an nützlichen Nährstoffen bewahrt. Vermeide Produkte mit zusätzlichen Chemikalien oder Lösungsmitteln, da diese die Haut reizen und die Wirksamkeit des Öls verringern können. Ein hochwertiges Rizinusöl hat eine reiche, leicht dickflüssige Konsistenz und einen dezenten, natürlichen Duft. Wenn es an einem kühlen, dunklen Ort gelagert wird, kann es lange haltbar sein und ist eine vielseitige Ergänzung für deine natürliche Hausapotheke. Egal ob zur Förderung des Haarwachstums, zur Linderung von Verdauungsbeschwerden, zur Hydratisierung der Haut oder zur Reduzierung des Erscheinungsbilds von Narben, die Vorteile von Rizinusöl sind vielfältig und tiefgreifend. Dieses alte Heilmittel, das für seine Einfachheit und Wirksamkeit geschätzt wird, bietet einen ganzheitlichen Ansatz für das Wohlbefinden und erfüllt sowohl Schönheits- als auch Gesundheitsbedürfnisse auf eine Weise, die synthetische Produkte oft nicht erreichen. Mit seinem nährstoffreichen Profil und seinen sanften, aber effektiven Eigenschaften bleibt Rizinusöl eine natürliche Wahl für diejenigen, die sichere und langanhaltende Lösungen für ihre tägliche Gesundheits- und Schönheitsroutine suchen. Um Aknenarben, Dehnungsstreifen und Cellulite auf natürliche Weise zu behandeln, empfiehlt es sich, die betroffenen Stellen zu massieren, um die Durchblutung zu fördern, was die Hauterneuerung und Heilung unterstützt. Die Verwendung einer weichen Silikonmassagebürste ist ideal, um die Haut sanft zu stimulieren und die Durchblutung zu erhöhen, ohne Reizungen zu verursachen. Massiere weiter, bis die Haut leicht gerötet aussieht. Diese erhöhte Durchblutung hilft, die Haut optimal auf die Aufnahme nährstoffreicher Öle vorzubereiten. Anschließend trage eine Mischung aus Rizinusöl und Vitamin-E-Öl auf. Beide sind bekannt für ihre regenerierenden Eigenschaften. Rizinusöl, reich an Rizinolsäure, wirkt entzündungshemmend und hilft, Narbengewebe zu glätten und zu regenerieren. Vitamin-E-Öl, ein starkes Antioxidant, unterstützt die Heilung der Haut, indem es freie Radikale bekämpft und die Zellerneuerung anregt. Für beste Ergebnisse massiere diese Mischung zwei- bis dreimal wöchentlich auf die Stellen mit Narben, Dehnungsstreifen oder Zellulite. Mit der Zeit unterstützt diese Methode die allmähliche Regeneration der Haut, macht Unregelmäßigkeiten weicher und lässt die Haut glatter erscheinen. Die entzündungshemmenden Wirkungen von Rizinusöl sind nicht nur auf die Hautpflege beschränkt. Es ist auch bekannt für sein Potenzial, Gelenkbeschwerden zu lindern und bietet eine natürliche Lösung für Menschen mit leichten bis mittelschweren Gelenkschmerzen. Das Auftragen von Rizinusöl auf schmerzende Gelenke, insbesondere mit einer warmen Kompresse oder einem Tuch, kann beruhigende Linderung verschaffen. Wärme in Kombination mit sanftem Druck aktiviert Rezeptoren unter der Haut, die helfen, Schmerzen und Unbehagen zu lindern und macht dies zu einem einfachen Hausmittel. Es wird angenommen, dass diese topische Anwendung dabei hilft, Giftstoffe über die Haut freizusetzen, was zusätzliche Schmerzlinderung und eine Verringerung der Entzündung bieten kann. Diese Methode kann täglich oder je nach Bedarf bei Gelenkbeschwerden angewendet werden und im Laufe der Zeit dazu beitragen, die Steifheit der Gelenke zu reduzieren. Eine weitere Anwendung von Rizinusöl betrifft die Wundversorgung. Seit der Antike wird kaltgepresstes Rizinusöl auf kleine Schnitte und Abschürfungen aufgetragen, um die Heilung zu fördern und Entzündungen zu reduzieren. Seine antimikrobiellen Eigenschaften sind wertvoll, um Wunden sauber zu halten und Infektionen zu verhindern. Um es zu verwenden, tränke einfach ein steriles Tuch in erwärmtes Rizinusöl, lege es vorsichtig auf die Wunde und bedecke es bei Bedarf, um es an Ort und Stelle zu halten. Wenn das Tuch eine Stunde lang auf der Wunde bleibt, kann dies den natürlichen Heilungsprozess beschleunigen. Die dickflüssige Konsistenz des Öls wirkt als Barriere und hält potenzielle Verunreinigungen fern, während seine entzündungshemmenden Eigenschaften eine schnellere Gewebereparatur unterstützen. Dieses traditionelle Heilmittel wird seit Jahrhunderten geschätzt und ist auch heute noch wirksam bei der Versorgung kleinerer Wunden. Für die Augengesundheit bietet Rizinusöl einen unerwarteten Vorall, insbesondere bei der Behandlung von trockenen Augen. Für diejenigen, die nach einer natürlichen Linderung suchen, sind pharmazeutische Rizinusöl-Augentropfen erhältlich, die speziell für die sichere Anwendung entwickelt wurden. Diese Augentropfen bieten sanfte Feuchtigkeit für trockene Augen und können zusätzlich zu herkömmlichen Behandlungen gegen trockene Augen verwendet werden. Die Fettsäuren im Rizinusöl helfen, die Feuchtigkeit auf der Augenoberfläche zu bewahren, während seine entzündungshemmenden Eigenschaften Irritationen lindern, die mit Trockenheit verbunden sind. Bei regelmäßiger Anwendung können Rizinusöl-Tropfen dazu beitragen, einen natürlichen Tränenfilm wiederherzustellen, Trockenheit zu lindern und den Komfort der Augen zu unterstützen. Es ist jedoch wichtig, nur Produktdukte zu verwenden, die speziell für die Augen entwickelt wurden, da Reinheit und Formulierung für die Sicherheit entscheidend sind. Rizinusöl, das aus Rizinusbohnen gewonnen wird, ist reich an Nährstoffen und Fettsäuren, die es für verschiedene gesundheitliche Zwecke, insbesondere für die Augen- und Hautpflege, nützlich machen. Bei Anwendung als Augentropfen tragen die Fettsäuren im Rizinusöl erheblich zur Stärkung des empfindlichen Tränenfilms bei, der die Augenoberfläche schützt. Diese dünne Feuchtigkeitsschicht, die oft durch Umweltfaktoren oder Alterung verdunstet, hilft die unangenehme Trockenheit zu verhindern, die viele Menschen erleben. Der Lipidgehalt des Rizinusöls bildet eine schützende Barriere, die die Feuchtigkeit im Auge bewahrt und die Wahrscheinlichkeit von Trockenheit und Reizungen verringert. Darüber hinaus unterstützen die natürlichen antibakteriellen Eigenschaften von Rizinusöl die Augengesundheit, indem sie helfen, häufige bakterielle Infektionen abzuwehren, die zu Erkrankungen wie Gerstenkörnern und Blephoritis, einer Entzündung der Augenlider, führen können. Das Auftragen einiger Tropfen Rizinusöl als Teil einer Augenpflegeroutine kann helfen, Entzündungen zu reduzieren und bietet eine sanfte, natürliche Lösung für diese häufigen Beschwerden. Schwellungen in verschiedenen Körperbereichen, sei es durch Wassereinlagerungen oder Entzündungen, können ebenfalls mit Rizinusöl gelindert werden. Wenn der Körper überschüssiges Wasser zurückhält, kann dies sich als Schwellungen um die Augen, im Gesicht oder sogar in den Beinen und Knöcheln zeigen. Während Ernährungsumstellungen wie eine Kohlenhydratarme Diät oft empfohlen werden, um Wassereinlagerungen zu bekämpfen, kann auch das Einmassieren von Rizinusöl auf die betroffenen Bereiche Erleichterung verschaffen. Kaltgepresstes Rizinusöl, das äußerlich angewendet wird, unterstützt das Lymphsystem des Körpers, indem es die Dreinage anregt, was hilft, Giftstoffe und überschüssige Flüssigkeiten aus dem Körper zu spülen. Zusätzlich fördert Rizinusöl die Durchblutung in dem behandelten Bereich und hilft, die Schwellung zu reduzieren. Sanftes Einmassieren des Öls in geschwollene Bereiche finden Betroffene möglicherweise eine nicht invasive, natürliche Methode, die Ernährungsanpassungen ergänzt und das Flüssigkeitsgleichgewicht verbessert und Schwellungen reduziert. Eine weitere bemerkenswerte Eigenschaft von Rizinusöl ist seine Wirksamkeit bei der Bekämpfung von Pilzinfektionen. Rizinolsäure, eine starke Verbindung im Rizinusöl, wirkt als natürliches Antipilzmittel. In der Natur enthalten Rizinusbohnen Rizinolsäure als Abwehr gegen Pilze und diese Eigenschaft kann genutzt werden, wenn das Öl auf die Haut aufgetragen wird. Pilzinfektionen wie Fußpilz, Nagelpilz und Ringelflechte können effektiv bekämpft werden, wenn Rizinusöl äußerlich angewendet wird. Indem es die Membran, die Pilzzellen umgibt, zerstört, unterbricht Rizinusöl deren Wachstumszyklus und beseitigt die Infektion letztlich. Diese Wirkungsweise stoppt nicht nur die Ausbreitung der Pilze, sondern bekämpft auch die Ursache der Infektion. Darüber hinaus ist Rizinusöl sanft zur Haut und bietet eine sichere, pflanzliche Alternative zu synthetischen Antipilzmitteln. Neben der Pflege von Haut und Augen trägt Rizinusöl auch zur Stärkung von Nägeln und Nagelhaut bei. Die Fettsäuren und das natürliche Vitamin E im Rizinusöl helfen, das in den Nägeln enthaltene Keratin zu nähren und zu stärken, was sie vor Schäden und Brüchen schützt. Bei regelmäßiger Anwendung dringt Rizinusöl tief in die Nägel ein, fördert die Widerstandskraft und unterstützt gesundes Wachstum. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, Rizinusöl abends auf die Nägel aufzutragen und Baumwollhandschuhe zu tragen, um die Bettwäsche vor Flecken zu schützen, während das Öl über Nacht wirken kann. Das Öl dringt in die Nagelhaut und das Nagelbett ein und verbessert die Durchblutung der Nagelmatrix, was für kräftiges, gesundes Nagelwachstum unerlässlich ist. Diese Methode kann besonders vorteilhaft für Menschen mit brüchigen Nägeln oder häufiger Exposition gegenüber aggressiven Chemikalien sein. Mit seinen vielfältigen Vorteilen bietet Rizinusöl eine einfache und zugängliche Lösung für mehrere häufige Gesundheitsprobleme, von trockenen Augen über Pilzinfektionen bis hin zu geschwächten Nägeln. Die natürlichen Inhaltsstoffe von Rizinusöl machen es zu einer idealen Wahl für diejenigen, die sanfte und gleichzeitig wirksame Behandlungen suchen, die mit ganzheitlichen Wellnessprinzipien übereinstimmen. Zahnersatz und herausnehmbare Zahnspangen neigen oft dazu, Bakterien, Pilze und andere Mikroben anzusammeln, die schützende Biofilmschichten bilden. Diese Biofilme sind im Wesentlichen mikroskopisch kleine Barrieren, die sich an der Oberfläche festsetzen und es erschweren, Ablagerungen mit einfachem Abspülen oder sogar mildem Bürsten zu entfernen. Diese Rückstände beeinträchtigen nicht nur die Sauberkeit dieser Zahnprothesen, sondern können auch zu einer Mundkrankheit namens Stomatitis führen, die durch Entzündungen im Mund und um den Mund herum gekennzeichnet ist. Stomatitis kann sich entwickeln, wenn diese schädlichen Mikroorganismen bestehen bleiben, sich in kleinen Ritzen festsetzen und schließlich lokale Infektionen oder Reizungen verursachen. Eine gründliche Reinigung ist daher entscheidend für die Mundhygiene und die allgemeine Gesundheit. Eine sanfte, aber dennoch wirksame Methode zur Beseitigung dieser hartnäckigen Biofilme, ist das Bürsten deiner Zahnprothesen mit einer sehr weichen Zahnbürste und einer kleinen Menge Rizinusöl. Rizinusöl hat antimikrobielle Eigenschaften, die helfen, Biofilme abzubauen und schädliche Mikroben wie Bakterien und Pilze zu neutralisieren. Diese Methode beinhaltet ein sanftes Schrubben der Oberflächen von Zahnprothesen oder Zahnhalterungen, sodass das Öl auf die Mikrobenkolonien einwirken und ihre Biofilmschicht schwächen kann. Eine alternative Vorgehensweise besteht darin, eine Einweichlösung herzustellen, indem warmes Wasser mit ein paar Tropfen Rizinusöl kombiniert wird. Wenn du die Zahnprothesen etwa 15 bis 20 Minuten in dieser Lösung einweichst, kannst du auf eine passive Weise diese Mikroorganismen entfernen. Die Wärme des Wassers hilft, die Biofilme zu lösen, während die natürlichen antifungalen und antibakteriellen Eigenschaften des Rizinusöls verbleibende Krankheitserreger beseitigen und so eine gründliche Reinigung ohne den Einsatz aggressiver Chemikalien gewährleisten. Allerdings sind nicht alle Rizinusöle für gesundheitliche Anwendungen geeignet. Bei der Auswahl von Rizinusöl ist es wichtig, darauf zu achten, dass es als 100% rein, kaltgepresst, hexanfrei und konservierungsmittelfrei gekennzeichnet ist. Diese Unterscheidung ist entscheidend, da mit Lösungsmitteln oder Konservierungsstoffen verarbeitetes Rizinusöl unerwünschte Effekte haben kann. Mit Lösungsmitteln extrahierte Rizinusöle können Rückstände von Chemikalien enthalten, die nicht nur der Hautfeuchtigkeit entziehen und Trockenheit verursachen, sondern möglicherweise auch schädliche Toxine in den Körper einführen. Für jeden, der Rizinusöl für die Zahn- oder Körperpflege in Erwägung zieht, bietet eine Investition in eine hochwertige, kaltgepresste Variante sowohl Sicherheit als auch Wirksamkeit. Kaltgepresste Öle behalten die natürlichen, vorteilhaften Verbindungen des Rizinusöls einschließlich seiner Fettsäuren und Antioxidantien. Schwangere Personen sollten jedoch vorsichtig sein, wenn sie mit Rizinusöl umgehen. Traditionell wurde Rizinusöl zur Veenstimulation verwendet, sodass jede Anwendung während der Schwangerschaft ungewollt Kontraktionen oder andere Komplikationen auslösen könnte. Um unerwünschte Effekte zu vermeiden, wird schwangeren Anwendern geraten, Rizinusöl für therapeutische oder gesundheitsbezogene Zwecke zu meiden. Für diejenigen, die Rizinusöl für Augenanwendungen in Betracht ziehen, ist es unerlässlich, ein pharmazeutisches Produkt zu wählen, das speziell für die Augensicherheit entwickelt wurde. Da die Haut um die Augen und die Augenoberfläche selbst besonders empfindlich sind, kann die Verwendung eines minderwertigen Öls Verunreinigungen einführen oder Reizungen verursachen. Pharmazeutische Rizinusöle werden steril und sicher für empfindliche Bereiche hergestellt und bieten Anwendern, die es auf ihre Wimpern oder rund um die Augen auftragen, ein beruhigendes Gefühl. Menschen mit bestimmten Verdauungsproblemen wie Colitis, Divertikulitis, Reizdarmsyndrom, IBS oder entzündlichen Darmerkrankungen, IBD, sollten ebenfalls Rizinusöl meiden, insbesondere wenn sie eine orale Einnahme in Betracht ziehen. Rizinusöl hat eine natürliche abführende Wirkung, die Symptome wie Krämpfe, Entzündungen oder Reizungen des Verdauungstrakts verschlimmern kann. Diese abführende Eigenschaft ist ein häufiger Grund für die Verwendung von Rizinusöl zur Behandlung gelegentlicher Verstopfung, aber bei Personen mit eingeschränkter Verdauungsgesundheit könnte es Schübe auslösen oder verschlimmern und mehr Unbehagen als Linderung verursachen. Einige Personen reagieren jedoch empfindlich auf die natürlichen Säuren und andere Bestandteile im Rizinusöl. Bei äußerlicher Anwendung können diese Verbindungen Hautreizungen oder sogar eine allergische Reaktion hervorrufen. Für diejenigen, die Rizinusöl zum ersten Mal auf der Haut ausprobieren, wird empfohlen, einen kleinen Patchtest an einer unauffälligen Stelle durchzuführen, um zu sehen, ob Rötungen, Juckreiz oder Reizungen auftreten. Wenn eine Reaktion auftritt, sollte das Öl gründlich abgewaschen und die Anwendung eingestellt werden. Die Hautempfindlichkeit variiert stark und während viele Menschen von den feuchtigkeitsspendenden und heilenden Eigenschaften des Rizinusöls profitieren, können andere aufgrund der einzigartigen Struktur ihrer Haut oder ihrer Immunantwort unerwünschte Reaktionen erfahren. Frauen, die ihre Periode haben, könnten es ebenfalls vermeiden wollen, während dieser Zeit Rizinusöl in größeren Mengen zu verwenden. Rizinusöl kann die Kontraktion der glatten Muskulatur beeinflussen und dadurch in einigen Fällen die Menstruationskrämpfe verstärken und den natürlichen Zyklus stören. Obwohl geringe Dosen für die meisten Menschen allgemein sicher sind, könnten diejenigen, die zu starken Menstruationsbeschwerden neigen, feststellen, dass die Anwendung von Rizinusöl die Krämpfe verstärkt und die Beschwerden in dieser Zeit verlängert. Bei richtiger Anwendung bietet hochwertiges, kaltgepresstes Rizinusöl eine beeindruckende Vielfalt an gesundheitlichen Vorteilen und kann eine ausgezeichnete Ergänzung zur Mundhygiene, Hautpflege und sogar zur Haarpflege sein. Es lässt sich gut mit anderen natürlichen Ölen kombinieren, wie Rosmarin oder Kokosöl, die jeweils einzigartige Eigenschaften haben, die die Wirkung von Rizinusöl ergänzen und verstärken. Rosmarinöl ist beispielsweise für seine antimikrobiellen und belebenden Eigenschaften bekannt, während Kokosöl reich an feuchtigkeitsspendenden und antibakteriellen Wirkstoffen ist. Durch die Kombination dieser Öle können Anwender personalisierte, effektive Mischungen kreieren, die auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Vielseitigkeit von Rizinusöl als Naturheilmittel eine sorgfältige Auswahl und eine durchdachte Anwendung erfordert. Nur reines, kaltgepresstes Rizinusöl ohne Zusätze und Lösungsmittel kann die sichersten und effektivsten Ergebnisse liefern. Obwohl es weitreichende Vorteile bietet, erfordert Rizinusöl eine sorgfältige Anwendung, insbesondere bei Personen mit bestimmten Empfindlichkeiten oder gesundheitlichen Bedingungen. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen bleibt Rizinusöl ein wertvolles Mittel zur Förderung von Gesundheit und Hygiene auf natürliche Weise. Kaltgepresstes, lösungsmittelfreies Rizinusöl bietet eine Reihe von natürlichen Vorteilen und ist eine ideale Ergänzung für viele Wellnessroutinen. Bekannt für seine Fähigkeit, die Haargesundheit zu unterstützen, kann Rizinusöl verwendet werden, um das Haarwachstum anzuregen und dünnem oder sich zurückziehendem Haar natürliche Fülle zu verleihen. Bei Anwendung auf die Kopfhaut hilft das Öl, ruhende Haarfollikel zu stimulieren, was sowohl zu schnellerem als auch dichterem Haarwachstum führt. Diese besondere Eigenschaft beschränkt sich nicht nur auf das Kopfhaar. Rizinusöl verstärkt auch die Dichte von Wimpern und Augenbrauen und verleiht ihnen bei konsequenter Anwendung ein volleres Aussehen. Seine Wirksamkeit beruht auf der nährstoffreichen Zusammensetzung des Öls, das die Follikel tiefgehend pflegt und über die Zeit das Wachstum fördert. Abgesehen von der Haarpflege dient lebensmittelechtes Rizinusöl als natürliches Abführmittel, das sanft bei Verstopfung hilft. Seine Fettsäurezusammensetzung, insbesondere die Rizinolsäure, wirkt durch die Stimulation des Darms, was die Verdauung erleichtert und einen sanfteren Ausscheidungsprozess fördert. Diese Eigenschaft macht es zu einer wertvollen Option für diejenigen, die nach einer natürlichen Lösung für gelegentliche Verdauungsprobleme suchen. Da es jedoch stark wirken kann, ist es wichtig, Rizinusöl in Maßen zu verwenden, um eine Überstimulation zu vermeiden. Bei äußerlicher Anwendung spendet Rizinusöl der Haut aufgrund seines hohen Gehalts an gesunden Fettsäuren hervorragende Feuchtigkeit. Es schließt die Feuchtigkeit ein und hilft, eine schützende Barriere zu schaffen, die Trockenheit verhindert und eine geschmeidige, glatte Haut hat. Dieser hydratisierende Effekt wird durch den Reichtum des Öls an Vitamin E und Rizinolsäure unterstützt, die beide eine wesentliche Rolle bei der Hautregeneration und Reparatur spielen. Die einzigartige Kombination von Nährstoffen in Rizinusöl hilft auch beim Abbau von Narbengewebe, was im Laufe der Zeit zu einer verringerten Sichtbarkeit von Narben führen kann. Eine regelmäßige Anwendung macht verhärtetes Narbengewebe weicher, sodass es flexibler wird und den natürlichen Heilungsprozess unterstützt. Ein weniger bekannter Vorteil von Rizinusöl ist seine Fähigkeit, Gelenkschmerzen und Entzündungen zu lindern. Diese entzündungshemmende Eigenschaft macht es nützlich für Menschen, die unter chronischen Gelenkschmerzen oder entzündlichen Erkrankungen leiden. Wenn es in die betroffenen Bereiche einmassiert wird, hilft Rizinusöl nicht nur Schmerzen zu reduzieren, sondern fördert auch die Regeneration geschädigter Gewebe und unterstützt so den Heilungsprozess. Für diejenigen, die mit Gewebeschäden oder kleineren Wunden zu kämpfen haben, fördert Rizinusöl die Zellerneuerung, was die Erholung beschleunigen und die Narbenbildung verringern kann. Auch in der Augenpflege bietet Rizinusöl überraschende Vorteile. Durch die Unterstützung des Tränenfilms hilft es, trockene Augen zu verhindern und bietet eine sanfte Lösung für Menschen, die aufgrund von Feuchtigkeitsmangel unter Augenbeschwerden leiden. Eine kleine Menge auf geschlossene Augenlider aufzutragen, kann beruhigende Linderung bieten, da das Öl hilft, die Augen ausreichend zu schmieren. Für Personen, die zu trockenen Augen neigen, kann Rizinusöl eine natürliche langfristige Lösung sein, insbesondere wenn Umwelteinflüsse die Trockenheit verstärken. Darüber hinaus hat Rizinusöl die einzigartige Fähigkeit, Schwellungen zu reduzieren und die Lymphdrainage zu erleichtern. Wenn es in die Haut einmassiert wird, stimuliert es das Lymphsystem, fördert die Ausscheidung von Giftstoffen und reduziert Schwellungen oder lokale Wasseransammlungen. Diese Eigenschaft macht Rizinusöl zu einer beliebten Wahl für alle, die natürliche Drainagetechniken in ihre Wellnessroutine integrieren möchten. Die antimykotischen Eigenschaften von Rizinusöl sind besonders nützlich zur Bekämpfung häufiger Infektionen wie Ringelflechte und Candida. Direkt auf die betroffenen Stellen aufgetragen, helfen die antifungalen Bestandteile des Öls, schädliche Pilze abzutöten, die Symptome zu lindern und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Diese antimykotische Wirkung erstreckt sich auf die Hautpflege und Hygiene, wo Rizinusöl als natürliches Heilmittel gegen verschiedene Hautinfektionen eingesetzt werden kann. In der Nagelpflege stärkt Rizinusöl die Nägel, indem es die Keratinstruktur unterstützt, die durch häufigen Kontakt mit Wasser, Chemikalien oder schlechte Ernährung geschwächt werden kann. Das regelmäßige Einmassieren einer kleinen Menge Rizinusöl in die Nägel und Nagelhaut kann zu stärkeren, gesünderen Nägeln führen und häufige Probleme wie das Spalten oder Brüchigwerden der Nägel verhindern. Rizinusöl ist auch wirksam in der Mundhygiene, insbesondere bei der Pflege von Zahnprothesen und Zahnhalterungen. Seine Biofilm abbauenden Eigenschaften helfen, schädliche mikrobielle Schichten zu beseitigen, die sich auf Zahnprothesen ansammeln können, wodurch das Risiko von Mundgeruch und potenziellen Infektionen verringert wird. Das Reinigen von Zahnhalterungen oder Zahnprothesen mit einer kleinen Menge Rizinusöl bietet eine natürliche Alternative zu chemischen Reinigern und sorgt für ein sauberes und frisches Gefühl. Obwohl Rizinusöl eine Vielzahl an natürlichen Gesundheitsvorteilen bietet, ist es wichtig zu beachten, dass einige dieser Zustände wie Hautprobleme, Pilzinfektionen und Verdauungsstörungen durch eine hohe Zucker- und verarbeitete Kohlenhydratzufuhr verschlimmert werden können. Übermäßiger Zuckerkonsum kann zu Entzündungen, mikrobiellen Ungleichgewichten und Verdauungsproblemen führen, was die Vorteile der Rizinusölbehandlung untergraben könnte. Für diejenigen, die sich Sorgen um ihren Zuckerkonsum machen, kann die Überwachung und Anpassung der Ernährungsgewohnheiten zu erheblichen gesundheitlichen Verbesserungen führen. Letztendlich stellt Rizinusöl eine vielseitige Lösung für die Pflege von Haaren, Haut, Gelenken, Augen und Verdauung dar. Seine vielfältigen Vorteile, die vom Haarwachstum bis zur Unterstützung gesunder Haut- und Nägelreichen machen es zu einem wertvollen Instrument in der natürlichen Wellnesspraxis. Ob als äußerliche Anwendung oder als inneres Heilmittel, das nährstoffreiche Profil von Rizinusöl bietet ganzheitliche Vorteile für viele häufige Gesundheitsprobleme.